ja und damit Herzlich Willkommen zu Let's Play Garren Part weiter und so weiter ähm so wir waren Maislos oder? und wir wollten die genau die Badener Akademie machen das ist noch alles an was ich mich erinnert ich habe meinen Computer neu aufgesetzt ich habe das Betriebssystem neu installiert und damit halt auch sämtliche Spiele und so weiter die Leichter nehmen runter das heißt äh Sprinten soll bitte das da sein oder? Nein äh, nein, ist das da so, wird auch nicht geht's jetzt äh, ja, ist das schon also wie gesagt, ich habe meinen PC-Ner aufgesetzt ähm, ich habe mir ein neues Spiel gekauft, nämlich äh, Assassin's Krieg 3 da werde ich gleich mal so eine Let's Anzocke oder sowas machen weiß ich noch nicht so genau so äh, ich hoffe es sind jetzt alle Monster, die ich so installiert hatte wahrscheinlich eher nicht, aber schaff's einfach mal muss ich mich nach und gleich kümmern ähm, ja, fritzel ähm, und ich habe jetzt zwei Bildschirme äh, weil ich zockele ja an einem Laptop und nicht an einem festen PC äh, und da habe ich jetzt zwei Bildschirme ähm, also ein extern und einen vom Laptop halt weil der vom Laptop war kaputt dann habe ich mir meinen extern gekauft und jetzt habe ich noch den, äh, Laptop-Bildschirm wieder ausgewechselt so, und ich hoffe das war jetzt dann die letzte Aufnahme mit Mikro äh, also mit dem schlechten Mikro da ja so ich möchte mich an der Akademie bewerben es ist immer eine Freude, einen angehenden Badenkollegen zu treffen ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass sich bei uns viele bewerben, aber nur wenige angenommen werden wann immer es möglich ist, bitten wir Bewerber Aufgaben zu erledigen, die in der Akademie anstehen in diesem Fall habe ich genau das Richtige für einen angehenden Baden was soll ich tun? und da komme ich dann ins Spiel? ja, laut Giro, unserem Geschichtenarchivar, könnte der Teil der Edda, der von König Olaf handelt, sich immer noch in Todmannsruhe befinden ihr müsst das Gedicht für mich finden ok äh, was gibt es sonst noch, warum hat Elisif das Fest verholt? wie ihr vielleicht wisst, wurde Elisifs Mann vor kurzem getötet ja Elisif ist in tiefer Trauer um ihren Mann und findet ein Fest, bei dem es um die Verbrennung eines Königsbildnisses geht nun, geschmacklos ich habe versucht sie davon zu überzeugen, dass das Fest schon viele Jahrhunderte alt ist und Einsamkeit feiert aber ich brauche Beweise ich glaube diese Beweise könnte König Olafs Vers erbringen ja, ok, gut äh, ja, das ist nicht so interessant vielleicht noch das, was ist die Lieder, Edda? ich glaube Giro hier könnte euch das, so wie auch die Geschichte von König Olafs Vers erzählen ihr solltet mit ihm darüber sprechen gut ich wünsche euch Glück beim finden des Verses oh in meinem Amt als schön einem angehenden Baden zu begegnen genau, der da wollte ja, der kriegt da meine Karte, der kann für uns helfen Glück steht der gleich neben dran ich möchte meine Rede konstruieren gut, wie viel kostet das? zu teuer ich bin arm er schickt euch also auf die Suche nach König Olafs Vers? das ist gut wir sollten ihn nicht einfach so herumliegen lassen, nun, da ich entdeckt habe, wo er ist der Vers war Swagnirs Beitrag zur Lieder, Edda, der lebenden Geschichte von Himmelsrand jeder Bade erweitert die Edda zu seinen Lebzeiten alter muss das riesig sein oh ja und sehr alt noch dazu der Vers kritisiert den regierenden König Olaf er war darüber so erzürnt, dass der Bade getötet und alle Kopien des Verses verbrannt wurden zumindest dachten wir das, bis ich vor ungefähr einem Jahr einige ältere Texte übersetzt habe wir glauben nun, dass König Olaf die Wahrheit zusammen mit dem Baden begraben hat wenn ich recht habe, liegen Swagnir und König Olafs Vers in Todmannsruhe zusammen mit der Grabkammer von König Olaf höchstpersönlich so, ok, gut, dann... dann schauen wir da mal hin ähm, hier ist doch... ach ne, stimmt ach ne, stimmt gut, dann müssen wir offenbar nach diesem Todmannsruhe oder so es wird dort offenbar irgendwo rumliegen Jo, also wie gesagt, ich downloade gerade im Hintergrund Assassin's Creed 3 da wird dann wahrscheinlich noch so ein Letzt-Anzug, Letzt-Test irgendwas in die Richtung folgen, ich weiß noch keinen guten Namen äh, jo, da werde ich dann wahrscheinlich, hab ich mir jetzt so gedacht, die... den Anfang des Spiels zeigen und dann so 2-3 Stunden äh, halt in der Mitte dann irgendwo den Teil damit man sieht, wie's am Anfang ist und wie's am Ende ist na? gut, wir müssen jetzt hier ach, das war mal weiter gut ja, reisen wir mal schnell nach Mordzahn ah, jetzt hat es mir gerade eben noch einen Mod eingefallen, den ich nicht mehr installiert hab äh, das ist mir grade aufgefallen und zwar auf der Karte, da gibt's so ein Mod, da sind dann die Wolken weg und man sieht die ganzen Wege ähm, ja, den muss ich dann noch nachher installieren naja, ist ja nicht so wichtig die paar bisschen werden wir jetzt auch noch ohne diesen einen Mod, äh, durchstehen so... Ladezeiten schön archimitisch hier sehr, sehr schön geformt ach so hm, schneit... ah, Mama, kalt! so, was war gleich nochmal mein Bogen da? hm, woran müssen wir... merkt mich schon irgendwie, dass hier doch, dass hier nicht diese Straßen da angezeigt werden, aber ich glaube die Richtung hier könnte richtig sein gut, schlafen wir den so weiter hoch ha, das ist ja schon viel zu meinem Weg so... Schneebeere... so, hier nochmal Schneebeere oh, lalala... äh, oh oh, also... äh, ich kämpfe gerade im Übrigen so am Bogen, weil ich den... ...Charakter so ein bisschen auf, äh, Bogen spülen will weil es macht mir irgendwie echt viel Spaß, äh, einfach so in den Levels rumzuleichen und dann die Gegner von hinten mit einem Bogen zu erledigen und dann... cool wir haben alle Frostbiss-Gift dabei und die da auch noch danke das geht auch noch Schneebeeren, das ist ja schön also ich sammle gerade jeden... äh, hier die ganzen Sachen, um die dann später zu tränken, zu verarbeiten wo... weil, äh, Tränke sind gut ich kann man nicht für viel Geld verkaufen, weil wirklich viel Sinn macht eigentlich nur ein, zwei Tränke und das ist äh, der mit dem, äh, wo man dann Gesundheit wiederherstellen kann äh, joa, aber... oh, was willst du? Bauer! Toller Name! Toller Name, wirklich! Ooooooh... Wein doch! Na gut, ich bin kaiserlich, ich bin tolerant, also ich schließe mich ja den Kaiserlichen an so... 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 kann ich den erwischen? Ich leg doch ein Boot! Aaaaah! Ich leg doch ein Boot! Oder? Gehe ich mich gerade? Ne, war schon. Na gut, vielleicht gibt's doch dazu, da passt alles weiter. Okay, doch nicht. Na gut, gehen wir weiter... immer nach... Süden? Nein, nach, nach, äh, wenn wir hier hingehen, dann muss das... äh, nicht, ähm... äh, Westen müsste sein, glaube ich. Ach ja, Geografie. So, Bergblume... da noch was, da noch was... So, gehen wir hier mal rein. Das wollte ich selber schon mal speichern. Oh, da kommt's die letzte. Ah, was? Ah, komm zu uns! Ich muss nach dran. Ach, das gibt's doch nicht. Ne, das ist mein Schwert! Und... Ah, sehr schön. Äh, so, was war Heilung deinem Mal? Äh, 4. Lalalalalalalalalalalalalalalala... Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht! Nicht getroffen, nicht getroffen! Schnaps gesoffen! Ah, nein, bitte keine Totenmischwache! Wo? Ich hasse Totenmischwache! Die sind so feige! Ach... Hier geht's hoch. Ah! Alter! Komm, tot! Ach, isst du! Ich bin nicht ein bisschen verbessert! Also, am Anfang geht das noch schnell, aber... Am Ende wird's dann... Wehe nicht! Ah, hier geht's! Wow! Ah! Hilfe! Komm mal! Oh, scheiße! So, mal schnaufen! Wiederherstellung auch noch verbessern! So muss es sein! Oh, schucke! Sack! 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 Wie die Eiskalt gar nichts macht, ey! Ah, zack! Okay! Neh! Wow, ich will halt wachsen! Haha! One-Shot! Und hier unten schutzelt auch noch irgendwo andere hin. Oh, hier unten! Und hier unten! Und hier unten! Und hier unten! Die kommen alle hoch! Das finde ich gar nicht gut! Komm schon! Oh, scheiße! Oh! Ich werde euch brennen sehen! Äh! Bier bitte! Heilung! Und mal schnell einen Heiltrank trinken, ey! Ja, so! Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank! Heiltrank! Und wir machen's noch! Bei Aufslauch. Bei Aufslauch. Aber... Wann! Nett! Nochmal leichte Rüstung verpressert, ey! Boah ey, das ist so scheiße, ne! Jetzt erweckt diese Toten-Misch-Währe den anderen Toten-Misch-Währe zum Leben! Ich mag Toten-Misch-Währe nicht! Die sind so feige! Und da sind scheiße schon! War's noch jemand? So! Ich lasse mit meiner rum und ich will jetzt eigentlich gerne erstmal looten! Fang der Skeletter dabei! Eisenbahnhuber! Mit Zaubertrank des Bezirkers! Aber ich muss sagen, diese ganzen Zaubertrank-Täter die nutze ich meistens eigentlich nur Heilung! Der Rest macht... Es gibt zum Beispiel gegen Zaubertraktor dass man dann immun gegen Feuer aber ganz ehrlich, so oft trittst du hier jetzt auch nicht in Feuer dass man sowas bräuchte und wenn dann sind... ist das halt gefallen und dann sieht man ja meistens nicht, wo Feuer ist! Und drum ist hier... Feile kann man nie genug haben! So! Und ist der Bogen besser? Es könnte echt sein, dass der Bogen das ist! Hm... Ja, der ist besser geil und neuer Bogen hier! Jektor... Waffen... Und dann zündigen wir den Langbogen mal aus den Verboten aus, kann man nicht gleich verhalten lassen! Und... da dann noch den Bogen machen! Und...